Das ist der größte Läuftag auf der Welt. Das ist hier der größte Teppich auf der Welt. Immer schön. Normalerweise ist es Kumpf, aber es gibt noch eine, hier steht sechs. Die sechste ist unversprechend, das ist freiwillig. Wenn man macht, bekommt Bumpf. Wenn man nicht macht, dann ist kein Problem passiert. Was ist hier? Das ist Kebla. Was bedeutet Kebla? Kebla bedeutet, wo die Muslime die Bumpf, die Mekka, die Mekka-Richtung. Das ist Kebla. Immer in Irgendes-Moschee gibt es so, das heißt, in Irgendes-Moschee. Und man weiß nicht, wo die Kebla sind. Meistens denken sie einen Kumbass. Ein Teppich mit Kumbass. So, dann weiß man ja, der Kebla ist hier. Aber zum Beispiel, wir sind in der Küste und wissen das nicht. Dann kann man einfach in die Richtung beten. Gibt es einen Platz in der Welt, wo kein Kebla gibt? Wo in Mekka?